Herzlich Willkommen zum Camtasia 2020, mein erster Eindruck. Vorneweg, ich finde Camtasia super und nutze es bereits seit 2018 und bin immer noch hellauf begeistert. In diesem Kurzreview möchte ich euch gerne meinen ersten Eindruck wiedergeben von Camtasia 2020 und auch darauf eingehen, ob sich der Umstieg von Camtasia 2018 oder 2019 nach Camtasia 2020 lohnt. Was hat sich jetzt geändert in Camtasia 2020? Zum einen ist die Recorder Einstellung hat sich visuell verändert, ist in meinen Augen jetzt strukturierter und besser zu bedienen und einfacher vor allem. Zum anderen sind neue Effekte und auch Blenden hinzugekommen. Was auch sehr schön ist, dass man Intros und Outros als auch die Musik jetzt also auf die Bibliothek direkt darauf zugreifen kann, gegenüber der Version von 2018 bzw Camtasia 9 auf dem Mac. Für Leute, die bereits Camtasia 2019 haben, wird sich in meinen Augen nicht so viel ändern. Da sind ganz wenige Details, die verbessert wurden, wie eben schon genannt, diese Recorder Aufnahme Funktionalität. Aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Insofern denke ich, dass ein Umstieg nur von Camtasia 2018 oder älter auf Camtasia 2020 lohnt. In diesem Sinne, das war mein erster Eindruck von der Software und eventuell erstelle ich noch einen ausführlicheren Test nach mehreren Monaten zu Camtasia 2020. Bleibt gesund und bis demnächst. Ciao!